Mein Name ist Liz Bafo. Wir sind hier in Juba in South Sudan und sind hier bei einem Projekt von den Maltesern. Und das ist eine Schule. Und die Malteser unterstützt diese Schule schon länger, weil die Kinder hier einmal pro Tag ein Mittagessen bekommen. Und es ist wirklich interessant, was die Leute aus wenig viel machen. Und ja, es ist toll hier zu sein. Die Kinder sind sehr freundlich. Ja, was mir durch den Kopf geht, ist, was ist deren Zukunft? Was sind deren Träume? Werden deren Träume irgendwann mal wahr werden? Und die sind jung. Und was ist deren Perspektive? Das geht mir durch den Kopf. Und was ich beitragen kann, ich bin keine Politikerin, ich bin Schauspielerin und setze mich für diese Kampagne und für den Malteser ein. Und dass ich das weitertragen kann, die Botschaft, dass jeder was tun kann, so in seinen Möglichkeiten. Das ist das, was ich tun kann, das, was ich machen werde.